ARD Text im Auftrag von Funk Ich weiß nicht, wo Larry ist. Habt ihr Larry gesehen? Ich suche Larry. Larry! So, warte. Wow, ich bin beeindruckt. So, wo ist Larry? Let's go. Das ist Larry und wir müssen Larry suchen in dieser wunderschönen Welt. Na, Hallöchen, hallo, ich bin's. Bin ich Larry? Ich glaub, ich bin Larry. Ja, hi. Ach nein, mein Name ist Findo. Hallo, ich bin der Findo. Ich liebe es, Leute zu finden. Das macht so viel Spaß. Lass mich dir doch noch einige der Kontrollen vorstellen, ja? Mhm. Drück doch mal A oder D auf deinem Keyboard. Dann passiert das hier. Wow. Oh, ja. Oh. Du kannst die ganze Welt drehen. Oh. Oh. Ich fühle, ich glaub, ich muss kotzen. Oh, großartig. Ich liebe es zu kotzen. Am liebsten in meinen Hut. Rotieren? Die Welt rotieren ist großartig, um eine neue Perspektive auszuprobieren. Nur noch eine Sache. Eine Sekunde. Moment. Hallo. Hallo. Hier unten. Ich bin's. Hallo. Es muss sehr hart sein, mich von da oben zu sehen. Da oben, wo du bist. Drück doch mal die rechte Maustaste, um rein zu zoomen. Und jetzt klick mich mit dem linken Mausbutton. Oh. Oh Gott. Oh, du bist wie am Naturtalent. Na ja. Gut, jetzt weiß ich ja Bescheid, ne? Und dann such ich mal ein paar Leute jetzt. Drückt doch mal auf den alten Pfeil da unten und viel Spaß. Also hinter mir ist ein Pfeil, müsst ihr euch vorstellen. Ihr visualisiert jetzt ein Pfeil hinter mir. Den drück ich jetzt. Weiter geht's. Was für ein wunderschöner Tag. Hm. Ich mein, ist das Larry? Ah. Ich ging und spazierte. Was? I went to go take a walk. I went to go take a walk. Ich ging, ich ging gehend, um einen Spaziergang im Park zu volltätigen. Ja. Das ist normales Deutsch. Ich ging auf einen Spaziergang. Und dann sah ich ihn. Ich hab sein Gesicht nie wieder vergessen. Mein bester Freund aus der Highschool. Larry! Alle Leute in der Stadt reden über ihn. Und wir haben uns ewig nicht mehr gesehen. Jahrelang schon nicht mehr. Großartig, dich wiederzusehen, Larry. Wie geht's dir denn? Da ist er. Das ist mein Freund Larry. Und das ist der Park. Und hier sind schöne Äpfel. Aber wir suchen heute Larry, also klicken wir auf Larry. Hallo Larry, mein alter Freund. Wir sind Highschool-Freunde. So, da haben wir ihn schon gefunden. Oh nein, wo könnte Larry hier sein? Hmm. Ist es einer dieser Rabauken, die hier rumstehen? Oder versteckt er sich hinter einem Baum? Ich muss mein Gesicht mal verinnerlichen, glaube ich. Larry, bist du das? You found Larry. Oh, was für ein schöner Tag, nicht wahr? Ja, Larry, was für ein schöner Tag. Oh Gott, 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 oh Gott. Hier braucht man sehr gute Augen. Ich bin am scannen. Der versteckt sich auch bestimmt wieder hinterm Baum irgendwo, oder? Rotiert er auch mit oder rotiert er nicht mit? Ist der hier in der Menschenmenge? Da ist einer? Okay, das ist aber nicht. Wo ist der denn hier? Ich brauche einen größeren Bildschirm. Ihr habt ihn bestimmt schon längst gesehen, aber habt ihr viel mehr Augen als ich. Ich habe nur zwei Augen und ihr habt drei pro Person. Wo ist er denn? Ich sehe ihn legit einfach nicht, aber ich glaube, das ist auch gewollt. Ist der in der Menschenmenge vielleicht drin? Ich suche die ganze Zeit die Bäume ab und das ist bestimmt eine Falle, oder? Den Zoom würde ich gerne nutzen, aber ich weiß noch nicht genau, wo. Wieso sehe ich den nicht? Ich glaube, ich muss mir das Gesicht besser merken. Warum sehe ich den nicht? Das ist keine lange dauern. Das ist Level 3. Ist das irritierend. Ja, es ist offiziell. Ich bin blind. Ich glaube, ich muss meine Brille mal austauschen. Die ist eh kaputt. Aber erst seit vier Jahren, also was soll's. Ach, Gottes Willen. Genau in der Mitte. Hinter den ganzen Leuten. Ach, du Scheiße. Was? Aber der ist von allen Seiten verdeckt. Der ist genau in der Mitte und von hier sieht man ihn gar nicht. Der ist doch von allen Seiten verdeckt. Wie arschig. Hey, Larry. Na? Mein Freund Larry aus der Highschool. Oh Gott, das kann ja heiter werden. Ähm. Hinterm Haus. Nein. Da haben gerade die Äpfel geflimmert. Da flimmern die Äpfel. Das sehe ich sofort. Aha, aha, aha. Der Einzige, der nicht pulsiert. Da. Da ist er. Larry. Larry, ich bin's. Hallo. Ich bin dein Highschool-Freund. You've found Larry. Hey, Larry. Wie geht's dir? Hey, Larry. Wo willst du hin? Larry. Das ist mein bester Freund, Larry. Wir kennen uns ewig, der Larry und ich. Also ganz ehrlich, das, äh. Warte. Erstmal die Menschenmassen angucken. Aber ich wette, die sollen mich ablenken. Davon, wo er wirklich steckt. Larry, da ist mein guter Freund, Larry. Warte, ich dreh nochmal. Da ist mein guter Freund, Larry. Guck mal, da ist er. Larry. Hey, Larry. Wie geht's dir? Wir kennen uns aus der Highschool. Larry. Bleib nochmal stehen, Larry. Larry, wir sind Freunde. Larry ist aber mein bester Freund. Ich freu mich immer, wenn ich ihn sehe. Sag mal, mein allerbester Freund. Ich verfolge ihn auch. Auf keinen Fall. Durch die ganze Stadt oder wo immer wir hier sind. Ich glaube, er freut sich immer, uns zu sehen. Larry. Larry, ich bin's. Larry. Ich bin's. Dein bester Freund. Was ist das? Der ist halb in der Straße versunken. Warum? Larry. Larry. Lass uns über die Highschool reden. Der ist bestimmt hier irgendwo zwischen den Bäumen, oder? Larry. Nee, ist er nicht. Sah nur so aus. Ich war ganz kurz. Ich dachte, er wär's. Ich dachte gerade, ich hab meinen alten Highschool-Freund Larry gesehen. Da. Da ist mein alter Highschool-Freund Larry. Ich will euch unbedingt mal Larry vorstellen. Larry, komm mal her. Larry. Larry, bist du das? Larry, warte kurz. Ich komm hinterher. Das ist eine Falle, oder? Das hier sieht noch eine Falle aus. Da ist einer hinterm Haus. Ist das eine Möglichkeit? Warte mal, ich will kurz was gucken. Ist das eine Möglichkeit, dass er sich im Haus versteckt? Nee, ne? Die Fenster sind alle... Okay. Weil das sieht gerade nach... Oder ist er einfach hier mittendrin? Ich hätte gedacht, den hätten wir jetzt ins Haus gesteckt, oder so. Was? Wieso sehe ich den nicht? Larry, Larry. Larry, Larry. You found Larry. Da folgst du mir etwa? Aber Larry, ich bin's, ein alter Highschool-Freund. Larry, warte noch kurz auf mich. Larry. Oh Gott, hier wird's schwer. Hier wird's schwer. Okay, warte. Ich suche, ich suche, ich suche. Ihr habt's schon gefunden? Okay. Ich suche, ich suche. Wie könnt ihr den so schnell finden? Aber ihr seid viele. Ich bin nur einer. Ha! Larry! Larry, hier oben! Ich bin's! Larry! Larry, warte doch mal bitte! Oh, der Larry ist immer so schüchtern. Ich muss euch den dringend vorstellen. Das ist ein guter Kumpel von mir. Wir kennen's aus der Highschool. Mehr weiß ich aber offenbar nicht über ihn. Aber ich schwöre, wir kennen uns. Larry! Larry! Ähm. 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 Was? Willi... Willi-Mack-Call? Was? 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 Larry? 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 You've found Larry. Larry! Hä? Larry, was ist mit deinen Augen? Larry, hast du die Polizei gesehen? Larry! Larry, komm mal her! Larry, wir sind Freunde! Ich kenn's aus der Highschool. Larry! Larry! Der ist hier irgendwo hingerannt. Ich hab's gesehen. Was ist denn das da? Ist das Larry? Warum ist da ein Schatten auf dem Dach? Da ist ein Schatten auf dem... Was passiert, wenn ich ihn anklicke? Nichts. Okay. Enderman. Ist aber ein Enderman auf dem Dach. Okay. Okay. Cool, glaub ich. Cool. Aha. Larry! Da ist ein Schatten auf dem Dach. Wahrscheinlich Finanzamt. Okay. Larry? Ist da eine Nische da unten? Bestimmt zoome ich wieder dreimal dran und seh den nicht. Larry! Hier in der Menge vielleicht irgendwo? Die sind alle am pulsieren hier, ne? Die sind alle am pulsieren. Ich seh ihn nicht. Ich seh ihn einfach wieder nicht. Ne, die pulsieren alle da hinten. Ich suche immer eine Figur, die mir in den Rand luket irgendwo. Oder die halb verdeckt ist. Als ob. Als ob. Und ich hab noch gefragt, ob der auch mal an Fenstern sein kann. Ich hab noch gefragt. Larry! Larry! Hey, hör auf jetzt! Larry, aber ich bin's! Wir kennen uns aus Highschool. Larry, warte doch mal! Wir kennen uns aus Highschool. Wir sind... Freunde? Ähm. Ähm. Agent Smith? Sind sie es? Warum? Warum? Suchen die jetzt mich, oder? Suchen die mich? Und da sind immer diese schwarzen Figuren, die sind immer noch überall. Larry! Larry, hier! Ich rette dich, Larry, von den bösen Agenten. Hey, Larry! Hör auf, mir zu folgen, oder ich ruf die Pulli rein! Bitte hören Sie auf, mir zu folgen! Aber Larry, wir sind Highschool-Freunde! Larry! Larry, da ist Larry! Oh, oh! Larry ist viel zu leicht zu finden. Ich glaub, jetzt geht's los. Nein? Ich dachte, es kommt irgendwas. Okay. Larry! Hilfe! Hilfe, irgendjemand! Ein Stalker verfolgt mich! Larry, wir sind Highschool-Freunde! Erinnerst du dich noch an mich? Larry! Hey! Hallo, Freunde! Habt ihr meinen Freund Larry gesehen? Ich suche nach Larry! Und wir sind Freunde aus der Highschool! Larry und ich, wir sind die allerbesten Freunde! Hallo! Bitte! Bitte! Bitte, auf mich zu folgen! Larry und ich, die allerbesten Freunde! Allerbesten Freunde, die es jemals gab! Larry und ich, das Team ist sehr stark! La, 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 la! Hey, Larry! Middlewood Mall! Larry! Du auch hier bei der Mall? So ein Zufall! You've found Larry! Hallo, Larry! Na? Mein Freund Larry, der ist immer zu Späßen aufgelegt. So, was? Stinky Food, cool Clothes, Beauty Bongos, awesome Jeans! So! Larry! Larry und ich, beste Freunde! Ich rieche widerlich! Larry! Okay, es sind sehr viele Leute am Pulsieren! Larry! Larry! Halt! Hä, ich komm da gar nicht hin! Ich komm mit der Maus nicht hin! Warte! Larry! Hallo, Larry! Na? You've found Larry! Hey, mein Freund, warte mal auf mich! Larry, ich komm mit, warte kurz! Ähm... Habt ihr den Schatten gesehen gerade? Beim Vorbeischieben war gerade ein Schatten! Ähm... Ähm... Okay... Larry! Larry, bist du hier irgendwo? Larry, ich hab dich gesehen! Auf dem Klo? Ah, bei den Toiletten! Okay, das ist... Da! Das ist ja gemein! Larry, da bist du ja! Hey, was ich noch sagen wollte! You've found Larry! Larry, ich wollte dir was erzählen noch von damals in Highschool! Okay, Larry war hier am Klo! Hat der irgendwas gemacht? Oh, ich kann nicht drehen! Ähm... L... 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 Larry... Have you seen him? Warte mal, bin ich das? Soll das mich darstellen? Larry, hast du denn eine Periode? Larry! Das passiert doch... Kann doch jedem mal passieren! Larry? Sieht aus wie ein typischer Gronkh-Zuschauer! Hm... Okay! Larry, bist du das da drin? Hey, can't you see someone's in here? Oh, sorry! Entschuldigung! Ach, jetzt kann ich auch drehen! Jetzt kann ich drehen! Hey, Larry! Larry, was ich hier sagen wollte! You've found Larry! 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 Wir sind Highschool-Freunde! Wir sind doch Highschool-Freunde! Larry! Larry, warte auf mich! L... Larry? Larry, das war ein Missverständnis! Wir kennen uns aus der Highschool! Ich wollte nochmal über unsere Lehrer reden! Ganz ehrlich, der sieht aus wie Larry da unten! Der sieht auch schon ein bisschen aus wie Larry! Stinky Food! Achso! L... Larry! Larry! Win this car! Larry, warum wirst du im Auto? Larry, hast du das Auto gewonnen? Larry! You've found Larry! Hey, Larry, warte kurz! Hat ein Auto gewonnen einfach! Oh! Hä? Frogger? Als ob! Okay, das wird wild! Ich erkenne ihn so schon kaum! Da war er gerade! Aber er könnte alle sein! Nee, ist er nicht? Nee, der zittert nur ein bisschen! Ist er auch nicht? Sieht aber so aus! Ich kann mir sein Gesicht aber nicht merken, weil mir Larry eigentlich egal ist! Ich freue mich nur, dass ich ihn gesehen habe nach der Highschool wieder! Nee, aber es gibt nur ein schwarzes Auto hier! Es gibt aber nur ein schwarzes Auto! Und ich kann es nicht anklicken! Oh! Er wird vom schwarzen Wagen verfolgt! Ach, du Heilige! Larry! Larry, was ist denn los? Ist bei dir alles okay, Larry? Are you with them? Hat er gesagt. Hallo, Kinder! Kennt ihr meinen Freund Larry? Larry, warte kurz auf mich! You found Larry! Larry, ganz wichtig! Larry? Bist du in dieses abgelegene Dorf geflüchtet? Larry? You found Larry! Larry, wir sind Highschool-Freunde! Ähm, Larry? Was sind das für Figuren auf den Häusern? Larry? Ich vermute irgendwo im Fenster. Larry? Larry? Larry, ich bin's! Huch! Diese Drehung sollte gar nicht möglich sein. Ähm. Larry? Oh, ich kann den Zoom nicht mehr wegmachen. Ich bin's! UNTERTITELUNG LERRY Ähm Ähm LERRY? LERRY, bist du das? LERRY? Ich bin zu ein High School F- Ich habe bemerkt, dass du ein Auge auf jemanden hast. Wir mögen es auch gerne Leute zu finden. Erinnerst du dich an diese Ratte? Diese Ratte! Diese Ratte! Nice Guy Larry! Schon wieder! Ich weiß, er ist hier irgendwo. Ich kann ihn riechen. Und wir würden gerne ein wenig mit ihm plaudern. Er ist ein glitschiger Hustensohn. Und man kann ihn nur schwer finden. Aber... Es scheint dir ja ganz gut zu gelingen. Ich bin jemand, den du nicht verärgern willst. Bleib ihm auf dem Fersen. Wenn du weißt, was gut für dich ist. Du wirst uns direkt zu ihm führen. Du wirst uns direkt zu ihm führen. Lerry isn't here. Was? Aber Lerry war gerade noch da. Lerry ist mein High School Freund. Deswegen suche ich ihn, wisst ihr? Lerry! Lerry! Der war gerade noch hier! Okay, ist viel zu dunkel bei mir gerade. Hä? Warum ist der Fall jetzt gelb? Als ob. Lerry! Lerry! Ich bin's! Dein High School Freund! Lerry! 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 Pizza the breakfast! Dein High School Freund! Lerry, vermisse unsere gemeinsame Zeit an der High School! Was kann ich hier noch machen? Kann ich noch... Fenster oder so? Geht nicht, oder? Nee. Hab ich einen übersehen? Auf OLED ist das so dunkel. Ich seh die Tonne nicht mal! Hm... Ha! Lerry! 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 Ja, mach halt noch dunkler! Ähm... Lerry? Kann ich da rein? Ich will da rein! Lerry, wo bist du denn? Lerry, geh nicht... Geh nicht in die bösen Etablissements! Lerry ist mein High School Freund! So geht man mit Freunden um! Mist, da komm ich nicht ran! Von hier aus! Warte mal, haben wir noch andere! Lerry! Lerry! Was bedeutet Triple X? Äh... Vin Diesel spielt mit! Warte! Lerry! 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 Lerry, ich bin sein High School Freund! Der war grad noch hier, ich schwör's! Das wird immer mehr Xe! Lerry! Dein High School Freund ist da! Hallo Lerry! Du, du hast sie gesehen! Du hast sie gesehen, oder? Hör zu! Hör zu! Sie... Sie haben meine Familie entführt! Sie... Haben sie entführt! Ich weiß nicht, was sie getan haben! Und jetzt... Und jetzt... Suchen sie mich! Und sie hören einfach nicht auf! Überall... Ich gehe... Sie folgen mir! Sie hören niemals auf! Nein! 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 Es gibt keinen Kommen! Hilf... Mit... Ich werde sterben! Ich werde sterben! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Sie sind hier! Bitte! Gestehn... N something! Nein! Ayan... Ja... Zeug mir, wo er sich versteckt. Tu es jetzt. Aber ich will nicht. Du hast Larry gefunden. Nein, ich wollte nicht. Ich habe daneben getippt. Ich wollte. Ich habe daneben getippt. Ich schwöre es. Ich habe daneben getippt. Der Mülleimer war ganz woanders. Larry, warte auf mich. Das ist mein Highschool-Freund. Larry. Ah. Larry, bist du das? Larry, warte auf mich. Warte bitte kurz. Was ist das denn hier? Ich wollte nur Larry suchen. Mein Highschool-Freund. Habt ihr ihn gesehen? Hu. Geil. Normaler Clubbesuch Aber wo ist Larry? Mein Pfeil ist wieder Gold Warum? Schranz, 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 Schranz Warum ist der Pfeil wieder Gold geworden? Larry! Larry, mein Highschool-Freund Hey Larry! Warte auf mich! Larry? Larry, gehst du gerne in diesen Club? Kein King-Shaming! Oh Gott, was ist denn hier los? Wo bin ich denn hier gelandet? Larry! Ich hoffe, das wird nicht schlimmer Larry! Hallo Kinder! Na? So Ist er das? Dahinter? Im Käfig? Ne, ist er nicht Dezent laut Auch nicht Wo versteckt er sich denn, unser Freund? Ach! Hey! Warte, 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 warte Wie komme ich jetzt da hin? Hey Larry! You found Larry! Larry! Larry, warte auf mich! Larry! Oh, okay, puh Geiler Club auf jeden Fall Da ist Larry! Hey Larry! Können wir mal kurz reden? Wir sind Highschool-Freunde No! You found Larry! Larry! Larry? 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 Hallo Larry? Es wird irgendwie immer dunkler. Larry? Er nur wieder gut gemacht. Der Idiot ist in ein Gebäude da vorne reingerannt. Wir haben ihn auf dem Dach gefangen. Das ist die Nacht, Jungs. Ihr werdet einen schönen, sauberen Schuss von da oben kriegen. Nimm dies. You found a 50-caliber sniper rifle. Was? Das ist mein Highschool-Freund. Was? Larry! Larry, ich bin's! Vor allen Dingen, wo bin ich denn gerade, dass ich von da aus schieße, wenn er da oben ist? Larry! 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 Ich bin's, ein Highschool-Freund! Larry! Larry! Das ist mein Highschool-Freund. Netter Versuch, Kleiner. Hey, aber wieso kann ich nicht schießen? Okay? Larry! Larry! Arg! Hey, du weißt überhaupt gar nicht, wie lang wir diesen Mutterliebhaber schon gesucht haben! Larry! Larry! I will anhören! Jetzt haben die dich in der Klemme! Es gibt kein Entkommen! Erste Dю initiativeazy redden. Du hast dich lang genug versteckt! LOW! Erste準備stell mateon! Ich habe meine halbes Leben dem gewidmet, dich zu finden! Aber deine Zeit ist abgelaufen. Willie Mack! Warte, aber ich bin nur Larry! Halt die Fresse! Du Sohn einer leichtfüßigen Dame, die ihre körperlichen Dienste für den sozialen Markt günstig anbietet. Als ich gehört habe, dass, keine Ahnung, wie ich das übersetzen soll, dich gefangen hat und dich ins Kittchen gesteckt hat. Das war der schlimmste Tag meines Lebens. Denn ich hatte gedacht, dass dieser Moment niemals kommen würde. Ach, was heißt Bullen? Okay, Entschuldigung. Der Moment, wo ich eine Kugel deinen kranken Schädel pflanze. Nein, ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich komme hier nicht weg. Ich warte gerade. Ich warte gerade. Was zum Fick? Was zum was? Larry? Wir sind Highschool-Freunde. Wir sind Highschool-Freunde, Larry. Warst du noch in Highschool? Wir waren Freunde? Was? Oh, das... Da lief gerade noch ein Schatten weg. Hier lief gerade irgendwie noch ein Schatten weg. Da hinten hin. Ist das ein Gesicht? Ach! Das war gar nicht sein Gesicht. Das war gar nicht Larry. Classic Larry. Das war gar nicht Larry. Warte mal, habe ich eine Stimme dafür? Test, test. Test. Du konntest mich nicht allein lassen, oder? Du konntest mich nicht allein lassen. Larry, Larry, Larry. Es ist ich, dein Freund aus der Highschool. Aus der verfickten Highschool. Du hast gedacht, ich hätte ein gutes Ding nur laufen, ja? Bis du vorbeigekommen bist und alles ruiniert hat. Sieht so aus, als bräuchte ich einen neuen Ort, um mich zu verstecken. Und ich frage mich, ich frage mich, ob du genauso viel schreien wirst wie er. Hilfe, Hilfe. Alter, was ist das für ein Ende? Was ist denn das für ein Ende? Was? Ich, ähm... Oh Gott, jetzt müssen wir noch rennen? Larry! Ich bin's, dein Freund aus der Highschool. Larry? Distressende Nachrichten kommen aus der quieten Stadt von Middlewood dieses Morgen. Ja. Ein gestopptes Körper von einem Mann wurde heute in Middlewood Park gefunden. Die Polizei hat aus dem Park gefunden und hat Trashbagger gefunden, die unter dem Boden gebrochen wurden. Larry? Ich bin's, der Thorsen, Junge. Trashbags containing severed body parts. Attempts to identify the body have proven difficult, as the authorities state that the face of the man had been removed. The police are asking for anyone to step forward with any information, or anyone who might have seen or heard anything in Middlewood Park between the hours of 8am and 9am. The extreme graphic nature of this crime bears an uncanny resemblance to the Willie Mack murders that haunted the town for many years. Und wir haben noch ein Poster gesehen, gesucht Willie Mack. Wir haben das Poster noch gesehen, wir hätten das eigentlich, wir hätten es daraus schließen können eigentlich. Willie Mack, notorious for the murder and mutilation of 17 people between 1996 and 1999. Ja. Some of the most graphic of the murders committed in the town of Middlewood. In the year 2001, he was apprehended and sentenced to life in prison. Although, only last year, Mr. Mack was presumed dead when a prisoner transport vehicle relocating him crashed and burst into flames. The Middlewood police will be issuing a statement shortly. But for now, we go over to Tom for the weather. Take it away, Tom! Was? I fucking hate this job. Uh, Tom? Was? Oh, yes! Thanks, Jerry! It's gonna be a beautiful day, folks! Sunny spells all around! Hallo, Kinder! Ich bin's, euer Freund aus der Highschool! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Nun, wir haben Larry gefunden. Wir haben, also am Ende haben wir Larry gefunden. Es gibt bestimmt noch ein Ende, oder? Es gibt doch bestimmt noch ein anderes Ende. Wollen wir das andere Ende auch nochmal schnell? Nur mal ganz kurz, nur mal schnell. Ja, jetzt wissen wir mal, wo der ist. Komm, wir gucken nochmal kurz rein. Ja, komm. Dauert nicht lang. Wir wissen, wo der ist. Let's find Larry. Oh, no! So, ich hab schon wieder vergessen, wo der war. Larry, ich bin's, ein Highschool-Freund. Oh, nein, ich schmitte die Scheiße. Ja, 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 go ahead. Ciao. Ja, 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 komm, komm. So, Larry, komm. Hey, Larry, das ist mein Freund aus der Highschool. Was für ein wunderschöner Tag. Das ist mein Freund aus der Highschool. Larry. So, warte. Larry. Larry. You found Larry. Larry. Hier war der genau in der Mitte, ne? Larry. Ich beeil mich ein bisschen. Äh, wo war der hier nochmal? Ihr dürft ruhig, ihr dürft ruhig, äh, ihr dürft ruhig spoilern. Jetzt ist ja auch egal. Wo war der hier nochmal? Hab ich ihn doch völlig vergessen. Da so. Toll, das ist ja eine großartige Hilfe. Ich hab's wieder völlig vergessen. An der Bank war er. Da oben. You found Larry. Dankeschön. Wir machen schnell Durchlauf. Ähm, hier dachte ich, der war im Gebäude, aber der stand einfach irgendwo rum, ne? Da stand er. Da. So. Äh, und hier dachte ich auch, der war irgendwie im Gebäude. Und da stand er auch irgendwo rum einfach. Mist, wo war der denn hier nochmal? Gott. Am Baum. Ach so. Am Baum. Auf der Map. An welchem Baum? Apfelbaum unterm Baum. Ja, gut, wir haben drei Apfelbäume. Am mittleren Baum. Ach da. Wie konnte ich ihn finden vorhin? Ich hab keine Ahnung. So. Hier hab ich die Fenster angeguckt, ne? Und dann war er da aber nicht drin. Ne, das war er auch nicht. Bei den Leuten. Ihr seid super. Ähm. Es gibt ein schwer zu bekommendes Easter Egg. Äh, gerne spoilern. Gerne spoilern mit dem Easter Egg. Äh. Jetzt oben bei den Leuten. Wo ist das Easter Egg? Wo ist das Easter Egg? Was muss ich machen für das Easter Egg? Ganz kurz. Lass mal das Easter Egg noch mitnehmen. Der Typ mit der Mütze ist auch schon zu sehen. Okay, hab ich grad nicht gesehen. Ich versuch mal alle auszublenden. Sekunde, ich warte ganz kurz eben auf das T-Shirt. Auf das Easter Egg. Komm, wir aufs T-Shirt. Wie komm ich zum Easter Egg? Hier ist ja mein Haus. Ja, ja, ich warte grad aufs Easter Egg gerade. Ich warte grad aufs Easter Egg. War irgendwas mit nem Donut, Mann? Wenn man die Sniper Rifle bekommt und die Kamera von unten nach oben fährt, am Hochhaus, ist unten rechts am Anfang ein rosa Donut, welchen man anklicken muss. Okay, ich versuche den nachher zu kriegen. Ich versuche den zu kriegen. Wir finden Leute sowas. So, der war hier irgendwie in einem der Fenster. Nee, der war hier in einem Fenster auf jeden Fall. Ich muss mal gucken, in welchem das war. Ich muss pinkeln. War der hier nicht im Fenster? Äh, in der Mitte ist der Mützentyp mit Sonnenbrille. Egal. Egal. Ich such grad das, äh, zwischen grün und blau im Haus. Achtung! Hier unten rechts war der Mützentyp auch gerade. Er hat ganz kurz reingelookt. Hinter der Kamera hat er ganz kurz reingelookt. Aber wirklich eine Sekunde. Hab ich vorhin gar nicht gesehen. So. Die Frage ist, hätten wir Larry nicht gestalkt, würde er entweder zum Mörder werden? Oder waren wir es, die ihn zum Mörder wieder gemacht haben? W-waren wir das? Ach ja, das war das. Das war die Geschichte. Und das war grad ein Rückblick, glaub ich, auf das, was hier passiert ist, oder? Wo war der denn hier? Ach. Da haben wir ihn. Er hat ein Gesicht von jemand anderem an, also ist er ein Mörder. Ja, na gut. Ist ein Punkt. Ja, muss ich zugeben, ist ein Punkt. Hier war der schwarze Schatten. Jetzt taucht der auch wieder auf. Ich würde mal ganz kurz gucken, ob ich einen Mützenmann finde, irgendwo. Kann man den eventuell auch anklicken? Passiert da irgendwas? Ich seh den Mützen-Dude nicht. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d So. Oh, okay. Ich beeile mich gerade ein bisschen, ja? Hier sind schon die schwarzen Autos. Ob das was sagt, weiß ich nicht genau. Bim, 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 bim. Bim, 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 bim. You found Larry. So. You found Larry. So. Gleich kommen wir in den Club, Freunde. Das war noch nicht das Halloween-Ding. Doch, das war das Halloween-Ding. You found Larry. Oh, okay, warte. Da war der Schatten wieder. Mit dem Geräusch. You found Larry. Bim, 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 bim. Da sind wir wieder. Have you seen him? Da wären wir wieder. Ähm. Warum kommt das schon wieder? Oh, das haben wir noch gar nicht gesehen. Letztes Mal. Die kommt man alle öffnen. Hey, can't you see someone's in here? Ne. Seh ich nicht. You found Larry. So. War das der Typ ohne Gesicht? War das der Typ, wo das Gesicht abgeschnitten wurde, gerade auf dem Klo? Ich könnte es mir vorstellen. Ach, guck mal. Da ist der Mützmann genau daneben. You found Larry. Und er freut sich auch so. You found Larry. You found Larry. So. Larry, ich bin's. Dein Highschool-Freund. Larry. 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 Ah ja. Warum rushst du gerade durch? Alternatives Ende. Wir wollen das alternative Ende sehen. Wow, der Wagen fährt euch den Himmel. Und kann seitwärts rückwärts fahren. Und er hat sich auch so. Warum? Ja. Michael. Die Daumen. Ja. Da kam. Meanwhile die Differen. Das equity. Aber sie ist ein. Das ist ein. Der Wagen. Der ist halt auch mega creepy, oder? Also, ganz ehrlich, was soll das denn? Ist doch kein Wunder, dass ich mich traue, oder? Weiß ich nicht. Hey, bla bla bla. Bla bla bla, Mr. Freeman. So, weg mit dem Dronkelbecher. Dronkelbecher, Dronkelbecher. Hab ich Tonnen übersehen? Ich hab wieder eine Tonne übersehen, irgendwo, ne? Da flog irgendwas. Da. Larry isn't here. Larry isn't here. So, Mist, da oben komm ich nicht ran. Äh. Larry. Ich bin's, dein Highschool-Freund. Waren das alle? Nee? Okay. Da. Larry isn't here. Der muss doch hier irgendwo sein. Larry. Larry, Larry. Das Gesicht steht ihm aber echt gut. Oh. Du hast sie gesehen. Sie haben eine Familie. Sie haben eine Familie. Das Gesicht muss doch mal stinken, oder? Und wie kommen die Tränen da raus? Äh. Äh. Pliese. 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 Aber warum nennt er ihn denn auch Larry? Warum nennt er ihn nicht Willie Mack? Äh. Hier. You found Larry. So. Bam, bam, bam. Oh Gott, hier war der irgendwo mittendrin, ne? You found Larry. You found Larry. Larry. You found Larry. So. Äh. Alter, das hier. Ich hasse diese dunklen Maps. Der stand hier einfach nur rum irgendwo, ne? Ach ne, wir nehmen den gelben Pfeil. Da war er grad. Bei mir sind die Dinger viel zu dunkel. Ich muss mal nach oben auf dem OBS-Bildschirm gucken, weil es da viel heller ist als auf dem Gaming-Bildschirm. Nahe der Mitte. Ah. You found Larry. Das ging vorhin aber schneller. Äh, der Mausfall ist weg. Ähm. Der. Ich muss auf Next klicken, aber der Mausfall ist weg. Der. Der. Hallo? Okay. Der. Jetzt ist er wieder da. Hä? So, bla bla bla, Mr. Freeman. You found 50 caliber sniper rifle. Und jetzt kommt das mit dem Donut? Nein, ich hab zu spät. Da war der gerade. Der war nur ne Sekunde da. Ich, ich konnte gar nicht so schnell reagieren, weil ich nicht genau wusste, ob das hier ist. Oh, shit. Hätte ich gewusst, dass er... Na, Mann. Neuladen. Gute Idee. So. Wieso konnt ich wirklich... Warum konnt ich so oft schießen? Jo, jo. Larry. Aber ich bin nur Larry. Willie Mack. Na komm schon, lass mich schießen. Lass mich, Ellie, schießen. Ich kann nicht schießen. Ich kann... Man kann nicht schießen. Es gibt kein alternatives Ende. Okay. Ich drücke wie Sau. Das kennen wir ja schon. Wie langweilig. Ich bin so gelangweilt. Oh, okay. Schade. Na ja. Hm. Tja, na ja. Ach ja, das Gesicht. Und jetzt die Fliegen. Da komm ich gar nicht durch. Ich glaube, ich bin eher am Arsch. Es gibt, glaube ich, keine Möglichkeit zu entkommen, oder? Also jetzt, wo ich weiß, dass wir nichts hätten machen können, glaube ich, dass hier einfach ein Timer läuft. Und wenn ich nicht schnell genug irgendwo bin, bin ich tot. Naja. Okay. Schade. Oh, yes. Thanks, Jerry. It's going to be a beautiful day, folks. Sunny schools all around. Schade. 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 Ich bin. Justine. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017